Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Until Dawn. Ja in der letzten Folge sind wir mit Matt und Emily zurück zur Seilbahnstation gegangen, um Hilfe zu holen. Doch leider wurde die Seilbahnstation ausgeschaltet und wir mussten uns damit einen neuen Plan machen. Wir haben auf einer Karte entdeckt, dass sich in der Nähe ein Feuerwachturm befindet. Und wir sind dann auf die geniale Idee gekommen, dort hinzugehen und mit einem Funkgerät Hilfe zu holen. Doch auf dem Weg wurden wir von einer Herde Hörsche überfallen, sag ich mal. Die haben uns ein bisschen erschreckt und sind dann hier aufgetaucht, Leute, im Badezimmer. Haben entspannt Musik gehört und der Mörder hat sich hier auch drin befunden. Ist dann rausgegangen, hat damit die Kerzen erloschen. Und wir haben uns dann ein bisschen erschreckt und haben gedacht, die wollen uns wieder verarschen. Und jetzt gehen wir der Sache auf den Grund, Leute. Und ich bin mega gespannt, was wir jetzt draußen finden werden, was uns draußen erwarten wird. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Wir denken natürlich, dass wir natürlich komplett verarscht werden mal wieder. Aber wir kennen ja schon die Wahrheit, Leute. Nur sie weiß es noch nicht. Sie wird ja alles ja, sag ich mal, verschlafen in der Badewanne. Sie hat ja null Ahnung von irgendwas. Wir gehen euch mal durch die Tür. Das heißt, alles, was jetzt passieren wird, wird für sie eine neue Welt sein, sag ich jetzt mal so grob. Sie kennen das natürlich nicht, ne? Das heißt, wenn der Mörder jetzt irgendwo hier ist, wird sie natürlich vielleicht nicht mehr leben, Leute. Natürlich fängt es jetzt schon an mit den kleinen Jumpscares hier. Oh, da war ein Fire auf dem Luftballon. Aber der Kamera ist ja toll hier. Da, Fire runter. Nein, runter. Da ist ja noch so weit, okay? Ja, alles echt witzig. Haha, seht euch zähmern, wie sie im Handtuch rumläuft. Aber können wir die Sache jetzt bitte beenden, okay? Reicht es euch? Da ist ja das Blutballon. Boah, guck dir das Bild an, ey. Okay, wenn ihr mehr Angst einjagen wollt, ratet mal, ihr habt gewonnen. Alter, das ist gruselig. Zum Glück bin ich jetzt nicht da. Oh mein Gott. Wetten, der ist hier irgendwo? Hinter der Tür oder so? Oh, was hat die da? Taschenlampe. Was seid ihr bloß? Wow, das ist schräg. Oh nein. Hey, Leute, kommt schon. Ich will nicht mehr. Jetzt hört gefälligst damit auf und redet mit mir. Boah, Alter. Hallo, Samantha. Suchst du nach mir? Ich glaube, deine Suche wird nicht sehr erfolgreich sein, Samantha. Du wirst nur das sehen, was ich dir zeigen will. Und ich habe dir eine Menge zu zeigen. Was ist denn hier los? Öffne die Augen. Oh mein Gott. Eine wahre Augenweide, nicht auch. Eine hübsche Badenäx. Glaubst du, sie weiß, was ihr bevorsteht? Glaubst du, das waren die letzten schönen Momente im Leben dieser Kreaturen? Glaubst du mir das hier? Warum siehst du hin? Josh! Wie fühlst du dich noch? Oh mein Gott, was hast du getan? Ich gebe dir noch zehn Sekunden. Neun. Nein, 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 nein. Sieben. Bitte, nein. Sam. Sam. Nein. Was werfen? Kill ihn. Nein, nein, nein. Shit, 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 shit. Töte ihn. Nein. Oh nein, ich muss überlegen. Ich ausfalle. Spring. Spring. Zum Glück haben wir uns nicht versteckt, ey. Fluss weg. Oh, 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 oh. Oh nein. Welche Ausfall gibt es? Weglaufen. Nein, weglaufen, 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 weglaufen. Oh mein Gott, alter. Soll das ein Weg sein? Kein Türgriff? Okay, ich weiß es nicht. Ja, okay, wir haben verkackt. Oh. Oh, oh. Alter. Wahnsinn, Leute. Krass. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt gedacht, ich verkacke, aber... Wahnsinn. Schnell weg, ey. Bevor der jetzt doch noch durch die Dings geht. Alter. Was ist das denn hier für ein Ort, alter? Wenn wir jetzt sterben werden, habe ich keinen Bock mehr. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Einmal Glück gehabt, und dann das zweite Mal nicht Glück gehabt. Ich wollte doch einfach nur weg, ey. Oh, der Zuchatter. Das schafft richtig, nicht wahr? Sehr gut. Dein Spiel läuft anscheinend wirklich gut. Nein. Also es geht. Ja, es geht. All der Fortschritt. Beim Erforschen des Ursprungs deiner Angst. Und du setzt ihn einfach zum Schlechten ein. Deine überwältigende Angst vor Dingen, die tot sind. Du hast sie gegen die Menschen gerichtet, die du so verzweifelt quälen willst. War es das denn wert? Was? What? Was muss ja geschah bei Antinor? Was war da denn jetzt los, alter? Oh, das kannst du nicht tun. Das habe ich dir getan. Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen. Ich verstehe einfach nicht, was los ist. Hier ist ein Psychopage. Nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Hallo? Leute? Hallo, Samantha. Suchst du nach mir? Wir sollten die anderen suchen. Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus und wer weiß, wo Sam ist. Ich glaube in der Lodge. Warum diskutieren wir noch? Los jetzt. Hey, da. Feuerwachturm. Matt, was ist das? Oh, machen wir jetzt hier weiter? Hier ist so ein bisschen die Herde, Leute. Die ich meinte. Oh, wir machen jetzt hier weiter. Vergeltung. Fünf Stunden bis zum Morgen. Okay, jetzt wird es interessant. Rass dich zusammen. Ruhig bleiben. Das ist wichtig. Ruhe bewahren. Nein, 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 nein. Die werden uns wehtun. Macht Platz, ihr Kartoffeln. Leute, das ist unsere Herde. Oh, die Tuningsticks, oder? Oder kommt gleich das Alphamännchen. Man weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht genau. Ah, das ist Alphamännchen, Leute. Nein, ganz bestimmt nicht. Ich schlapp doch jetzt nicht auf den einen. Ist okay. Komm weiter. Ist okay. Ich hab sogar einen Schmetterling-Effekt ausgelöst. Ich schlapp doch nicht auf, haben wir so Tiere ein. Ganz bestimmt nicht. Das ist das Letzte, was ich tue, ey. Fast halb drei, Leute. Ach, jetzt sind wir Emily. Ich würde aber lieber Matt spielen. Aber egal. So, jetzt schnell zum Feuerwachturm, Leute. Obwohl ich die Idee gar nicht so verlockend finde. Oh, Leute, da ist er. Oh, cool. Ich hab mir das gedacht, ich bin jetzt so... Ach, das ist verflucht grell. Ach, wirklich? Ich kann nicht sehen, was ist das? Nur eine Sicherheitsleuchte. Bestimmt bewegungsaktiviert. Ich wollte halt irgendwas sagen, aber diese Lampen hat mich gerade zugebracht, dass sie ein Konzept gebracht hat. Soll ich vergessen, was ich sagen wollte. Oh, ne Leiter. Hoffen wir mal, die ist noch stabil. Das sieht mir alles nicht so... so gut aus, ey. Wird schon schief gehen. Wird schon schief gehen. Was war das? Boah, ich bin erschrocken, Alter. Ich erschrecke mich beim... Alles geil. Wir gehen natürlich hoch. Wir warten nicht auf Matt. Wir riskieren unser Leben nicht. Ganz klar, Leute. Warum ist es hier plötzlich so wendlich? Wir sind schon fast drin. Dieser Turm sieht null stabil aus, also... Keine Ahnung. Oh, ich hoffe, die machen jetzt kein Licht an oder sowas, ey. Kann man oben abschießen? Das wäre super. Ich habe so ein richtig müßes Gefühl. Genau, er macht zu und schießt ab. Perfekt. Er hat es verstanden, Leute. Matt hat es verstanden. Das ist doch was. Was ist denn das? Das ist... Das machen wir jetzt nicht, weil das ist kein Funkgerät, Leute. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber das ist ganz bestimmt kein Funkgerät. Das ist doch ein Funkgerät. Und was da am Spinnend, das gucken wir mal nach. Alles klar. Okay, gehen wir mal zum Funkgerät jetzt. Oh nein. Ja, probieren wir das einfach mal. Tja, kein Strom. Wo geht's dahin? Ja, sei noch lauter. Mach eine auch die TV-Fundsicher aufmachen, aber ich kann mich ja auch täuschen. Aha, hier ist ein Stromkasten. Gleich mal testen. Würde das nicht wieder Matt machen, ist doch eher so eine... Was sagst du? So. Will, du schießt jetzt. Ne, behalte die. Wenn ich die jetzt nicht kontrollieren kann, sage ich meine Ball. Ganz ehrlich. Nein, nicht schießen. Bloß keine Aufmerksamkeit erregen, ey. Das muss jetzt sowas wie stille Post sein, Leute. Das muss jetzt einfach leise verlaufen jetzt hier. Keiner darf mitkriegen, dass wir hier sind. Keiner. Hier ist doch auch irgendwas. Das zieht doch Strom drauf. Aha. Oh, bitte lass nicht das Licht angehen. Bitte, nicht das Licht. Bitte nicht. Alles. Nur nicht das Licht. Ach nein, Alter. Scheiße, ja, wer sagt's denn? Scheiße, ja, wer sagt's denn? Das war's, glaube ich. Schnell, los, jetzt geht da hin und ruft schnell Verstärkung. Oder Hilfe, was weiß ich. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Bitte sagen Sie etwas, wenn Sie das hören. Bitte, wir brauchen Hilfe. Over, over. Scheiße. Hallo? Oh mein Gott! Zum Glück! Wir brauchen Hilfe! Bitte! Hallo? Würde uns jemand kontaktieren? Hier ist die Parkranger-Station von Blackwood County. Wir haben eine sehr schlechte Verbindung. Sprechen Sie bitte langsam und deutlich. Bitte! Bitte, bitte, bitte! Hilfe! Oh mein Gott! Wir sind hier am Blackwood Mountain! Und hier ist ein Psychopath! Können Sie mich hören? Hier holen Sie Ihre Nachricht! Es war nicht möglich zu verstehen, was Sie... Wir brauchen Hilfe! Bitte! Hallo? Können Sie sich bitte identifizieren? Over! So, ruhig jetzt! Oh mein Gott, okay! Hier ist... Mein Name ist Emily! Hallo? Ich empfange Sie nicht deutlich. Bitte wiederholen. Over! Das kann nicht wahr sein, Alter! Wir werden sterben! Nee, informieren! Wir sind am Blackwood Mountain bei der Ski-Lodge. Hier ist ein Killer! Er ist hinter uns her! Und er hat unseren Freund umgebracht! Oh Gott! Bitte! Hilfe! Sie müssen uns helfen! Oh nein! Ja! Geil! Was? Wann? Wie lange? Morgen! So früh es geht! Morgen! Scheiße! Oh mein Gott! Er ist hier! Er wird mich umregen! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Alter! Oh nein, Alter, es kann nicht wahr sein, es kann nicht wahr sein, boah. Nicht bewegen, beweg dich nicht, beweg dich nicht. Nein, warum? Oh mein Gott. Das haben wir niemals überlebt, niemals. Wo ist Emily? Oh, nehmt noch! Spring rüber! Spring rüber! Ich denke nach! Lass mich nachdenken! Denk nicht, du Idiot! Hol mich einfach hier runter! Was ist dein Problem? Ne, alles wird gut. Emily, du hast Angst! Du musst dich beruhigen! Alles wird gut! Hä? Hör auf zu labern! Ich kann es nicht mehr aus! Auf mich anzupullen! Und lass mich einfach machen! Okay? Ja, lass dir nur alle Zeit, die du brauchst! Ich laufe ja schließlich nicht weg! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Sehr leid! Ich versuche zu dir zu kommen und dich hochzuziehen! Jetzt hol mich bitte von diesem ... Warum springst du nicht einfach rüber? Das können sie doch schaffen, oder? Ah, wir hätten es anders machen können! Wir hätten es anders machen können! Wir hätten rüber springen können und sie dann auffangen können! Das hätten wir machen können! Es darf nicht kippen! Okay, warte, wir springen mit Sicherheit! Ich habe einen Plan! Okay, das ist kippt! Der Plan! Der lag wahrscheinlich daran! Ja, alles scheiße! Ja, alles kacke gelaufen! Das war nicht so ein Plan! Vielleicht war das Problem einfach, dass ich das von Anfang an gemacht habe! So dann auch schon so richtig zum Wackeln gebracht habe! Und jetzt das gemacht habe! Das war wahrscheinlich der Grund! Für den Kack jetzt! Sie war nicht oben? Weiß nicht! Ich habe sie nicht gesehen! Sie muss hier runtergekommen sein! Ich habe sie auch nicht gesehen! Ja, ich würde mir jetzt sagen, Dr. Emily ist glaube ich jetzt auch tot! Ja! Ist das wirklich passiert? Verdammt! Was ist denn hier bloß los? Boah, voll krank! Das würde doch schief gehen! Sir! Chris, ich wollte nur sagen, was da in dem Schub passiert ist! Ich... Ich weiß! Ich weiß, wie schwer das war! Josh war dein Freund! Herr Schleferhahn! Nein! Nein! Ich will nur sagen, ich... Ich meine, danke! Danke! Ich verdanke dir mein Leben! So Leute! Aber ich würde vorschlagen, was wir jetzt da drin finden werden! Und ob wir die... Oder ob Emily noch leben wird! Das erfahren wir in der wunderschönen nächsten Folge! Ich hoffe, euch hat das Video gefallen! Ihr könnt natürlich eine tolle Bewertung da lassen! Damit meine ich einen wunderschönen Daumen nach oben! Falls ihr neu auf meinem Kanal seid! Ihr könnt natürlich auch ein wunderschönes Abo da lassen! Das würde mich natürlich auch sehr glücklich machen! Und das würde meinen Kanal natürlich auch sehr unterstützen! Und dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde! Und haut rein! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!